Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist, jawohl, es ist ein Samstagabend und endlich gibt es mal wieder zu Gast bei Jolina. Und heute gibt es kein Review, sondern heute gibt es mal wieder eine Interview. Da werde ich euch mal einen neuen Kanal, falls ihr ihn noch nicht kennt, vorstellen. Und ich habe da den Max und der Kanal heißt TheMostWantedX12. Einen wunderschönen guten Abend, Max. Guten Abend, Jolina. Ich bin wirklich, freue mich wirklich, dass das geklappt hat und muss dich gleich überfallen. Und du musst mich gleich überfallen. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat und jetzt überfalle mich. Genau, wir halten uns gar nicht lang mit Höflichkeiten auf, sondern steigen gleich ein. X12. TheMostWantedX12. Der Name, oder? Wo kommt der her? Genau, vor allen Dingen diese X12 würden mich mal interessieren. Okay, ich glaube, da muss ich dir komplett den Wind aus den Segeln nehmen. Der Name ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Oh. Und zwar habe ich den Kanal von einem Kumpel übernommen, der den eigentlich für sich mal als Zweitkanal angelegt hatte, vor jetzt auch schon wieder drei Jahren. Und eigentlich wollte er da eben seine Strategieprojekte hochladen. So, er war aber nie der große Strategiespiel-Fan. Und so hat er gesagt, nimm du den Kanal mal und wenn du Lust hast, lad ein paar Videos hoch. Wir haben damals immer noch so Age of Empires 3 und solche Strategiespiele gemeinsam gespielt. Und das haben wir auf dem Kanal immer ursprünglich hochgeladen. So, und irgendwann hat er sich da komplett verabschiedet aus dem ganzen Metier und hat eben seinen Hauptkanal weiter betrieben. Und irgendwann habe ich mir gesagt, gut, jetzt ist, glaube ich, meine Zeit gekommen, dass ich mal richtig einsteige. Und dann habe ich halt eben angefangen, meine ersten Solo-Projekte aufzunehmen. Damals im Jahr 2011, vor Eonen von Jahren. Ja, ich wollte gerade sagen, weil es ist tatsächlich so, also dieser Kanal jetzt, der hatte ja im Mai jetzt sein Dreijähriges. Ja, genau, der Kanal hatte sein Dreijähriges. Ich persönlich habe angefangen mit meinem ersten richtigen eigenen Projekt im September, dann im gleichen Jahr. Also, mein eigentliches Dreijähriges kommt dann erst im September. Aber den Kanal gibt es natürlich da schon dementsprechend ein bisschen länger. Also, der Name leitet sich wahrscheinlich her. Also, mein Spezl ist ein ziemlicher Rennspiel-Fan. Und sein Lieblingsspiel ist halt Net for Speed Most Wanted. Okay. Und daher kommt schon mal, dass The Most Wanted und woher das X12 kommt, kann ich dir echt nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich habe es einfach damals überdommen, weil ich es erstens mal, ich habe es überhaupt nicht für nötig befunden, einen neuen Kanal zu machen. Und mir hat es eigentlich relativ gut gefallen. Also, ich könnte ja vermuten, woher diese X12 kommen. Vermute? Ja, eigentlich naheliegend. The Most Wanted war sicherlich schon längst vergeben, als man den Kanal anlegen wollte. Ich schätze, ja. Und die ersten X11-Leute auch schon. Genau. Bist du schon mal verwechselt worden? Nee, ne? Nee, ich weiß nur, dass es einen The Most Wanted X13 gibt. Das ist ein Abonnent von mir. Ah. Aber der hat es da halt dann dementsprechend angelegt. Ja. Ist das so eine Art Hommage an dich? Ich denke mal, ja. Ich habe ihn nie speziell danach gefragt. Aber die Vermutung liegt nahe, ne? Die Vermutung liegt sehr, sehr nahe, ja. Weil es den Kanal dann auch wirklich erst so, keine Ahnung, eine Woche oder sowas gab, eben nachdem er mich, nein, halt, eine Woche bevor er mich abonniert hat, so rum. Danach geht er schlecht. Stimmt. Auf welche Genre? Du hast ja schon Strategie erwähnt. Ich sehe auch, dass es auf deinem Kanal Strategie gibt, relativ viel, aber natürlich nicht nur. Was spielst du denn momentan? Oder Let's Playst du momentan? Also momentan Let's Play ich eigentlich alle Spiele oder versuche alle Spiele der Total War-Reihe durchzubekommen. Ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das halt auch Echtzeitelemente enthält. Ich persönlich schließe aber kein Genre explizit aus. Also ich sage halt, okay, ich schaue mir das Spiel an, wenn es mir gefällt, dann spiele ich es. So Genres, die ich halt eher vernachlässige, sind halt so jetzt wirklich so Rennspiele oder so reine Shooter. Das ist eigentlich jetzt was, wo ich sage, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ich spiele halt auch gerne Battlefield als Beispiel jetzt. Und mein Lieblingsgenre sind eindeutig Strategiespiele. Da muss man ein bisschen seinen Grips anstrengen, je nachdem, was das Spiel halt eben einem abfordert. Und auf der anderen Seite schaue ich halt auch, dass ich momentan zur Zeit halt probiere ich, den Leuten ein bisschen auch ältere Spiele näher zu bringen. So habe ich zum Beispiel jetzt angefangen, weil ja jetzt der neueste Titel von Thief rausgekommen ist, der vierte Teil. Habe ich mal in meiner Spielekiste ein bisschen gekramt und ein bisschen weiter unten gekramt. Und dann habe ich eben Spiele aus dem Jahr 1999 und 2000 wieder rausgekramt. Also die ersten zwei beiden Teile der Reihe und die mache ich gerade. Also es ist halt ein Thief für alle, die es nicht kennen. Es ist ein Schleichspiel, wo es halt eben darum geht, immer schön im Schatten zu bleiben und eigentlich unerkannt. Also es war eigentlich ein wegweisendes Spiel für diese ganzen Schleichspiele, die dann danach kamen, wie jetzt Tom Clancy's, wie ist das jetzt gleich nochmal? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich kann dir leider auch nicht helfen. Das ist der Vorführeffekt jetzt. Typisch. Splinter Cell, genau, Splinter Cell. Splinter Cell, ja okay. Und wie gut ist man halt eben getarnt, wie gut versteckt man sich im Schatten. Man muss Fackeln auslöschen, um die Wachen auch nicht auf einen aufmerksam zu machen, weil sonst ist es relativ schnell vorbei. Also ein ziemlich cooles Spiel und deswegen dachte ich mir, das muss ich unbedingt mal mit aufnehmen. Läuft das aktuell schon? Das läuft aktuell schon. Den ersten Teil habe ich sogar schon, heute wo wir sprechen, habe ich den ersten Teil sogar schon seit zwei Monaten durch. Und der zweite Teil läuft jetzt auch schon und hat jetzt mittlerweile auch schon elf Parts. Ah genau, Let's Play Dark Project 2. Genau, Dark Project ist das. Also im Englischen ist es Thief und im Deutschen haben sie es eben Dark Project genannt. Okay, spielst du es in Englisch? Nein, es sind beide auf Deutsch. Die Spiele gibt es auch auf Steam. Also für jeder, der sich vielleicht darauf interessiert, Schleichwerbung, nee, kann man sich auch auf Steam kaufen. Da sind es halt dann eben nur auf Englisch, also keine deutsche Tonausgabe. Aber die Spiele, die damals im Laden verkauft wurden, sind auf Deutsch. Oh gut, okay. Also Strategie, dann so ein bisschen diese älteren Schleichspiele führst du uns vor. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass du ja aber auch das eine oder andere Rollenspiel hast. Ja, Rollenspiele liebe ich ja über alles. Sei es jetzt welche, die Science Fiction haben, seien es welche, die Mittelalter spielen, seien es welche, die vollkommen in der Fantasy-Welt spielen. Mein allerliebstes Lieblingsrollenspiel war und ist noch Skyrim. Ah, ja. 450 Folgen hast du da oben. Du hast gut spioniert. Ja, 450 Folgen. Das ist mein Endlos-Projekt. Also Skyrim habe ich kurz nachdem es rausgekommen ist angefangen, glaube ich ein paar Monate später. Und jetzt irgendwann, ich glaube dieses Jahr im Februar oder letztes Jahr schon, habe ich jetzt erstmal eine Pause eingelegt, weil da habe ich selber gemerkt, oh, jetzt ist es echt mal gut. Jetzt brauche ich mal eine Pause von Skyrim und brauche mal ein bisschen was Erfrischendes, was Neues. Aber an alle die, die sich schon freuen, Skyrim geht auf jeden Fall weiter, sobald ich mit den anderen Sachen relativ am Ende oder durch bin, dann werde ich noch Falska präsentieren. Das ist ja so eine selbstgemachte Modifikation. Das hatte ich mir unbedingt noch vorgenommen und das will ich da auf jeden Fall noch dranhängen. Also vielleicht werden es sogar 500 Folgen. Ich glaube, da hast du gute Chancen, vor allem wenn du noch an die Mods gehst, weil da gibt es ja endlos viel bei Skyrim ist der Hammer. Ja, es gibt endlos viele Modifikationen, deswegen spiele ich auch vorherrschend nur auf dem Computer, einfach wegen den ganzen Mods, die es gibt. Ja, verstehe ich wirklich gut. Das war für mich ein Grund, warum ich mir irgendwann mal einen Computer gekauft habe. Also ich hatte früher Laptop und Xbox und habe dann aber auch, weil ich dachte, ich will Mods spielen, bin ich dann auch irgendwann wieder auf den Computer verfallen, weil auf dem Schlepptop macht das keinen Spaß. Wirklich nicht. Eins hast du noch vergessen und zwar spielst du auch noch Mass Effect momentan. Genau, die Mass Effect Trilogie, also Science Fiction, RPG eher, genau. Also meiner Meinung nach die, glaube ich, das Beste, was Bioware neben Dragon Age Origins abgeliefert hat. Ja. Spiele ich auch sehr gerne, muss ich dazu sagen. Habe ich auch dein Let's Play ein bisschen angeschaut, weil ich an ein paar Stellen nicht weitergekommen bin. Ich bin auch immer noch nicht durch. Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit, das Computer durchzuspielen, Dragon Age. Aber dafür sitze ich an Mass Effect. Auch ein sehr, sehr tolles Spiel, finde ich. Weil man kann sich da wirklich richtig schön reinleben in dieses Universum, weil ich finde, dass Bioware schafft es echt immer wieder, sei es jetzt bei Dragon Age oder sei es jetzt bei Mass Effect, echt so ein Universum um einen rum zu erzeugen. Wo man einfach richtig schön eintauchen kann. Ja. Wo du einfach sagst, so und jetzt verliere ich mich in das Spiel für ein paar Stunden, weil es ist einfach alles super durchdacht. Wenn du an Punkt A Entscheidung X triffst, dann holst du dich an Punkt Y wieder ein. Und das ist halt einfach, was das bietet. Kein anderes Spiel. Ja, sehe ich genauso. Also ich habe jetzt angefangen, Mass Effect zu spielen im Urlaub. Eins und zwei habe ich mittlerweile auch schon durch. Jetzt habe ich... Oh. Spielst du es eher schnell durch oder bist du eher so wie ich? Weil ich bin ja so ein 100% Spieler. Sei es jetzt bei Skyrim, bei Mass Effect auch. Alle Nebenmissionen, alles erkunden. Bei Mass Effect 2 kann man ja die Planeten alle erkunden. Ich habe alle gescannt. Ja, das mache ich auch immer. Ich habe echt alle gescannt. Allerdings muss ich gestehen, ich spiele es auf leicht, weil ich jetzt mit dieser Shooterei so ein bisschen Schwierigkeiten habe, weil es hat ja Shooter-Effekte oder Aspekte. Ich spiele es auf leicht, da bist du natürlich auch schneller durch, weil du einfach nicht so oft stirbst bei der ein oder derselben Aktion. Also ich bin relativ schnell durchgegangen. Eins habe ich schneller gespielt, zwei habe ich wirklich 100% gescannt. Da habe ich alles gemacht. Also außer, dass ich vielleicht auf der Citadel irgendwas vergessen habe. Ja, das kommt, also beim Einser kann man ganz viel vergessen. Das ist mir beim ersten Playthrough passiert. Weil da gibt es ja noch gar nicht die Möglichkeit, diese ganzen Systeme, die du da erkunden kannst. Da gibt es ja im Zweier, steht dann ja dort, okay, hast du zu 100% erkundet. Und wenn dann noch was dazukommt, dann fährst du einfach mit der Maus drüber, dann steht jetzt auf einmal nur noch 83%. Also dort dann weißt du, okay, da ist jetzt noch ein System hinzugekommen. Beim Einser ist das so eine krasse Fieselarbeit. Und ich habe im Let's Play mit Notizblock neben mir gearbeitet. Ach du Scheiße. Ja, ich habe halt eben aufgeschrieben, okay, in welchem Cluster bin ich jetzt? Welche Systeme habe ich schon erkundet? Dann habe ich die dazu geschrieben. Und immer, wenn ich sie vollständig erkundet habe, habe ich einen Haken dran gesetzt. Sag mal, höre ich da so ein bisschen Perfektionismus raus? Oder war das eben der Anspruch von 100%? Ja, es ist einfach der Anspruch von 100% bei RPGs, den ich mir immer setze. Also das ist wirklich, also bei Spielen, die das auch ordentlich hergeben, sei es jetzt eben so Spiele wie Assassin's Creed oder wie gerade eben jetzt Mass Effect oder Skyrim, wo einfach die Nebenmissionen, die man da entdecken kann, wahnsinnig viel Spaß machen. Mhm. Speziell jetzt eben bei Skyrim. Ich will halt einfach nichts verpassen. Und ich will halt einfach auch meinen Zuschauern, ja, das maximale Spielerlebnis bieten. Und dazu gehört halt ab und zu auch mal, dass man halt eben nur eine Folge lang im Universum rumfliegt und Planeten scannt. Ja. Ja, und mein Gott, vielleicht findet man zwischendrin eine Anomalie, kann auf dem Planeten wieder landen, als Beispiels, also bei Mass Effect eben. Und deswegen, ja, also du kannst es Perfektionismus nennen. Ah. Das Kind. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Du hast bei deiner Über-uns-Seite, schreibst du, nein, sag mir erst mal, genau, bevor ich hier vorlese für unsere Zuhörer, was du da so schreibst, die Frage an dich. Was sind denn deine, sagen wir mal, hervorstechendsten Merkmale beim Let's Playen, deine Stärken? Wie würdest du dich als Let's Player beschreiben? Uff, ähm, ich bin super langweilig und schaff's eigentlich überhaupt nicht, das Publikum für mich zu begeistern, weswegen jeder, der mein Video anschaut, schon nach 30 Sekunden spätestens abschaltet. Nee, also ich schaue halt immer, dass ich die Spiele mit Humor einfach rüberbringe. Also ich eben schaue, okay, was kann ich den Spielen alles abgewinnen? Und, ähm, ja, meine Stärken, ach, das ist immer so schwierig, hebe deine eigenen Stärken hervor. Das ist immer, wenn man das selber so über sich sagt, dann fängt man so zum Stinken an, vor lauter Selbstklo. Nein, nein, es ist lustig, fast alle tun sich mit der Frage schwer. Ich stelle sie nicht jedes Mal, aber wenn ich sie stelle, dann haben die meisten genau diese Befürchtungen. Hau doch mal auf die Kacke, Max. Okay, ich probiere mein Bestes. Ja, also ich schaue halt eben, dass ich einfach, so wie ich im realen Leben, sag ich mal, auch rüberkomme, einfach freundlich und offen zu wirken. Und, ähm, auch irgendwo, ja, ich weiß nicht, so einen Lerneffekt vermitteln. Also auch ein bisschen die, die Spiele nicht nur einfach sagen, okay, jetzt spiele ich mal das Spiel und, ähm, ja, jetzt machen wir das und machen wir das. Sondern einfach auch zu sagen, hier, so geht das Spiel für alle, die es noch nicht gespielt haben. Hier könnt ihr das machen. Also die ersten paar Parts immer so als Tutorial quasi nutzen, wenn das Spiel selber keines bietet, was man spielen kann oder was man nicht unbedingt spielen möchte. Und, ähm, ich schaue auch immer, dass ich, dass ich, ich meine, YouTube hat es einem jetzt ziemlich schwer gemacht, finde ich, aber ich schaue immer, dass ich auf all meine Kommentare, die ich bekomme, reagiere. Also, dass ich das Feedback, was ich mir oftmals aktiv einfordere, dass ich, dass ich darauf dann halt eben auch eingehe und auch oft mit den, äh, mit den Zuschauern auch diskutiere unter ein paar Parts. Ähm, ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich da nicht mehr so wirklich ganz hinterherkomme, nicht, weil ich mir nicht die Zeit dazu nehme, ähm, weil die möchte ich mir ganz gerne nehmen, sondern weil einfach dieses, mit, diese Verbindung mit, mit Google Plus, das, und, und diese Benachrichtigung, dass die jetzt alle unter so einer Glocke da rechts oben hängen bei, bei YouTube. Und da gehen auch oft mal Sachen unter. Beispielsweise, wenn jetzt einer mehrere, äh, Kommentare unter ein Video schreibt, wird immer nur der letzte angezeigt. Das heißt, wenn er vorher eine Frage, ähm, schreibt, eine aus, eine ausführliche und danach halt irgendwie was vergessen hat und das halt noch dranhängt, dann siehst du nur das Drangehängte. Und du musst halt jedes Mal den Part aufrufen, um den, um alle Kommentare zu sehen. Und das ist halt echt sehr, sehr mühselig. Das war früher besser. Aber um zur Frage zurückzukommen... Du lenkst ab, ich hab's schon immer abgedacht. Ja, ja, ich lenk mit Absicht ab. Ja, ich weiß nicht, kann man das schon als Stärken bezeichnen? Ja. Okay, gut, ja. Das, ähm, ist jetzt das, was mir immer so im Prinzip auffällt. Das sind die Ziele, wo ich mir einfach gesetzt habe. Ich schaue, dass ich die Spiele entspannt rüberbringe, dass ich sie mit Humor rüberbringe, dass ich, dass ich auch immer selber aktiv bei der Sache mit dabei bin und dass ich mir halt eben Feedback von meinen Zuschauern einfordere und halt mit denen auch, also auf die halt eben auch eingehe, weil viele vernachlässigen halt ihr Publikum. Und das ist meines Erachtens der falsche Weg. Ja. Ja, du kannst dir jetzt den Schweißtropfen von der Stirn wischen. Du hast die Frage beantwortet. Was mich jetzt mal so ganz persönlich interessieren würde, ich meine, du spielst ja auch sehr viel Strategie. Du hast ja auch gesagt, dass du es manchmal so als Tutorial auch anlegst. Wo ist deine Gemeinde, deine Community aktiver unter den, sagen wir mal, unter den Rollenspielen oder unter den Strategievideos? Ganz klar unter den Strategievideos. Also ich sage jetzt mal wirklich, 85 bis 90 Prozent meiner Zuschauer oder meiner Abonnenten schauen wirklich nur die Strategiespiele an. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Partei, die sich halt eben alles anschaut. Also einfach sagen, Mensch, das ist so ein geiler Typ, von dem müssen wir alle Videos anschauen. Und dann gibt es noch, wir haben ja drüber gesprochen, über tausend Abonnenten und arrogant werden und so. Richtig. Mensch, so ein geiler Typ, von dem muss ich alles anschauen. Und dann gibt es halt wirklich die, die halt nur wegen den RPGs kommen, aber das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Fraktion. Also der Großteil schaut sich die Strategie Let's Plays an. Wie ist denn so deine Einschätzung? Weil wenn man so auf YouTube rumguckt, also ich finde, dein Kanal ja hat schon so ein bisschen so eine Sonderstellung. Also weil du hast eine gute Mischung, aber du hast schon auch den Schwerpunkt auf Strategie. Das finde ich eher selten oder täusche ich mich? Ich habe es bis jetzt auch noch nicht öfter gefunden. Also ich kenne Strategie-Kanäle, auch große Strategie-Kanäle, die halt wirklich ausschließlich nichts anderes bringen. Und es gibt natürlich RPG-Kanäle, die ausschließlich RPGs bringen. Genau, wie ich zum Beispiel. Versuch dich mal in Strategie, es ist gar nicht so schwer. Ich schäume mich immer ein bisschen. Da kann man so, ich weiß gar nicht, da kann man so grandios failen, finde ich. Das kann man auch in RPGs. Das stimmt, aber das bin ich schon eher gewöhnt. Vielleicht ist es wirklich ein Gewöhnungseffekt. Vielleicht sollte ich mal. Werde ich dich mal befragen, was sich da so zum Einstieg auch tatsächlich lohnt. Ja, auf jeden Fall zum Einstieg erst mal was Rundenbasiertes, weil es ist ein bisschen entspannter. Echtzeit ist immer, wenn dann auf einmal die gegnerische Armee angeschissen kommt und du halt nicht weißt, oh, was mache ich jetzt? Ich habe doch gar kein Militär, so wie bei so Spielen wie Age of Empires eben, die halt darauf ausgelegt sind, schnell seine Basis aufzubauen und dann Angriffe abzuwehren. Da erst mal was Entspannteres, Rundenbasierteres, weil da siehst du dann die Gefahr schon von weitem kommen sozusagen. Das ist was, was ich mich schon oft gefragt habe, weil das ist mal ein interessantes Thema, diese Echtzeitstrategie, die du gerade erwähnt hast. Das ist doch wohl auch auf eine gewisse Art und Weise Stress. Ja, also es kommt immer darauf an. Du sagst schon, wie man halt daran gewöhnt ist. Wenn du jetzt viele RPGs spielst, dann bist du einfach an die ganzen Szenen dort gewöhnt und die gleichen sich in allen RPGs immer. Du läufst ein bisschen durch die Gegend, erkundest und irgendwann kommen Feinde, die du halt niederknüppeln musst. Das ist das Grundprinzip. Und dann levelst du halt dementsprechend. Das ist bei allen RPGs irgendwo gleich. Und so ähnlich kann man das bei Strategiespielen eigentlich auch sehen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ganz viel eben diese Echtzeitstrategie spielt, wo es darum geht, okay, ich baue mir eine Basis auf, ich schaue, dass ich meine Ressourcenversorgung herstelle und ich schaue, dass ich zumindest ein bisschen was habe, um mich zu verteidigen gegen meinen Gegner, wenn er immer mal wieder angreift, weil die KI ist relativ berechnend in solchen Spielen. Und je nach Schwierigkeitsgrad agieren sie eigentlich gleich. Also wenn du vielleicht spielst, kommen halt immer mal wieder alle 10 Minuten 15 Einheiten, meinetwegen. Genau. Und die wehrst du halt so lange ab, bis dein Wirtschaftsapparat so stark ist, bis du eine eigene große Streitmacht aufstellen kannst und dann gehst du einmal rüber und sagst, grüß Gott und machst dein Lager platt. Und dann hast du das Spiel schon gewonnen. Also es ist gewisse... Ja, es klingt sehr einfach. Es klingt sehr einfach, ja. Also wenn man auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad spielt, ist es auch sehr einfach. Also es gibt auch bei Age of Empires, ich nehme jetzt das Beispiel einfach immer wieder her, weil der letzte Teil von Age of Empires, der dritte, ist ja meines Erachtens, das ist jetzt nicht der beste, aber einfach die Thematik, diese Kolonialisierung der neuen Welt ist relativ cool. Und das haben sie auch sehr gut umgesetzt. Wenn du da zum Beispiel auf sehr einfach spielst, ist die KI vollkommen passiv. Okay. Das heißt, die greifen dich höchstens mal aus Versehen an, weil sie versuchen, in deiner Nähe Rohstoffe abzubauen. Aber die ist da wirklich sehr, sehr passiv. Also das ist ein guter Schwierigkeitsgrad für totale Einsteiger, die sagen, ich möchte jetzt in das Spiel erstmal reinkommen. Und da hast du auch keinen Stress. Da kannst du eine Basis in Ruhe ausbauen, kannst schauen, okay, welche Gebäude bringen was. Also kannst du ja auch die ganzen Infozeilen, die sehr üppig ausfallen von Strategiespiel zu Strategiespiel, in Ruhe durchlesen, weil du keine Angst haben musst, dass gleich, keine Ahnung, 500 Leute in den Lagerstürmen uns niederreißen. Bei deinen Let's Plays, auf welcher Spielstufe spielst du da so für gewöhnlich, Max? Also bei den rundenbasierten, also bei Total War, spiele ich eigentlich immer auf schwer. Das ist der dritte Schwierigkeitsgrad von sechs. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, ihr Lieben, bei Total War Rome 2 hat der gute Max schon 182 Videos oben. Ja, das ist ein Together-Projekt mit meinem lieben Kollegen, meinem Sandkasten-Kumpel sozusagen. Da knöpfen wir uns die kooperative Kampagne vor, wo man ja gemeinsam entweder gegeneinander oder miteinander spielen kann, was ich auch eine sehr, sehr coole Idee für die Reihe finde. Ja, absolut. Das gab es zwar schon früher, da war das allerdings Hot Seed. Also das heißt, man muss quasi wirklich physisch nebeneinander sitzen, um das zusammenspielen zu können. Und jetzt geht's halt mittlerweile, Gott sei Dank, online mit dieser Multiplayer-Funktion. Das Spiel hat sehr viele Bugs. Also jeder, der sich jetzt denkt, oh, Rome 2, das ist ja der neueste Ableger, muss ich mir unbedingt holen, rate ich momentan noch davon ab, wenn ihr nicht vorzeitig graue Haare bekommen wollt. Weil im Multiplayer, also oder wenn jetzt gerade im Multiplayer der Singleplayer ist mittlerweile schon nach 14 Patches super optimiert. Boah, Gott. Ja, das ist wirklich eine Hausnummer. Das kam im Oktober oder so raus, gell? Oder wann kam das raus? Nee, im September kam das schon raus. Im September, ja gut, okay. 3. September 2013 war Release und wir haben schon am Release-Takt die erste Folge aufgenommen. Und ja, ich war am Anfang relativ euphorisch vom ersten Part, so, ja, endlich ist Rome 2. Da haben wir jeden Tag diesen Countdown angeschaut, den es in dem Forum gab. Und dann war es da und dann haben wir angefangen. Und ja, wir haben keine 10 Minuten gespielt, ist das Spiel das erste Mal eingefroren. Autsch. Ja. Und das dämpft den Spielspaß. Es gibt nach wie vor immer noch so, es ist ziemlich laggy, ziemlich buggy an manchen Stellen. Also manchmal zieht sich's Kaugummi. Und manchmal merkt man halt einfach, dass die KI eine mies programmierte Wegfindung hat. Also es ist, es macht, es ist keine große Herausforderung momentan, das Spiel. Es ist besser geworden nach 14 Patches, was man ja auch erwarten kann. Sollte man eigentlich tun, ja. Also eigentlich sollte man nach 14 Patches mal so langsam aufhören. Nee, nee, es ist schon der nächste Hotfix zum Beta-Patch angekündigt. Ich hab zuvor noch nie das Wort Beta-Patch gehört. Ich auch nicht. Über Rome 2, ich könnte mich stundenlang drüber auslassen. Ich könnte mich stundenlang drüber auslassen, was ich in diesem Spiel alles hasse. Aber dennoch liebe ich es. Es ist eine Hassliebe, weil einfach die Reihe, dieses Prinzip, einfach dieses Rundenbasierte, auf der Weltkarte eben verwalten. Und dann halt eben, wenn zwei feindliche Armeen halt aufeinander treffen, und man es halt eben nicht automatisch lösen kann, wie es einem der Computer vollgibt, dann kann man sich in eine Echtzeitschlacht stürzen mit mehreren tausend Mann. Und das ist halt einfach ein richtig, das ist einfach, dieser Mix ist richtig cool gemacht. Und das habe ich schon, seit ich mein erstes Total War habe, und zwar Medieval 2. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du sagst Hassliebe. Mhm. Merkt man das in dem Let's Play? Ja. Lässt du das? Ah. Das merkt man bei uns beiden, glaube ich. Also es ist immer mal zwischendrin, kommt da wieder sowas so, ja, hey, wir nehmen jetzt heute wieder Rome auf, wir freuen uns voll, und dann so nach den ersten ein, zwei Parts stoßen wir wieder auf den ersten Spieler, dann stürzt das Spiel ab. Oder bei meinem Kumpel eben, der hat es ganz oft, dass das Spiel einen Blackscreen-Absturz hat, also dass wir halt komplett nochmal neu starten müssen. Und dann sagen wir wieder, boah, hey, also ich hasse dieses Spiel, ich hasse dieses Spiel. Ja, komm, probieren wir jetzt noch einmal, und wenn es nicht klappt, dann verschieben wir es halt wieder, warten wir, bis wieder ein Patch kommt. Aber man merkt es auch schon in den Parts. Ich habe auch oft mal einen Rage-Part eingelegt. Ich glaube, ich habe sogar einen Part, der Rage einfach nur heißt. Da gehe sogar ich mal wirklich ab. Also ich bin normalerweise wirklich total entspannt, relaxed, egal, was da kommen mag, aber da bin auch ich mal ausgeflippt. Du suchst ihn gerade? Ich suche ihn gerade, ja. Also irgendwie so, ich kann ihn selber gerade mal suchen. Ich weiß es jetzt. Also, du hast da so ein paar. Du hast einmal, das ist die 97, ESO-Rage. Ja, gut, da habe ich mich über Elders Cross Online aufgeregt. Okay, wer, okay. Und dann Part 57, Google und Rage. Und plus Rage. Okay, ich habe ein paar mehr Rage-Part, ich sehe schon. Leute, da könnt ihr gleich mal sehen, was euch erwartet auf diesem Kanal. Da geht es echt lebhaft zu. Also einfach mal in die Suchleiste Rage eingeben, und euch wird eine ganze Playlist mit 182 Videos präsentiert, wo es um nichts anderes geht. Ich fürchte, ich habe in Rome 2 einen Text aus Versehen Rage dazu geschrieben. Ja, so sieht das aus. Also, so sieht das aus. Es kommt fast überall. Rome 2. Aber einen so einen Part gab es auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall schon eine Eins ganz vorne stehen. Das war schon über die 100, glaube ich. Weil wir haben auch, also um nochmal auf das zurückzukommen, weil du gesagt hast, schon 182 Parts. Das System zu schulden, weil wir nach, glaube ich, 40 Parts oder so nochmal neu anfangen mussten, weil dann ein Patch rauskam, Genau, da ist zum Beispiel auch Part 96, How far will you patch for Rome? Da ist es uns passiert, dass eben ein neuer Patch rauskam und unser alter Spielstand halt eben unbrauchbar geworden ist. Ah, nee, komm. Was sehr, sehr ärgerlich war. Also, ich glaube ab Part 40 oder sowas, weiß es jetzt ehrlicherweise nicht mehr. Ist jetzt auch egal, auf jeden Fall irgendwo mittendrin haben wir dann halt eben nochmal eine neue Kampagne starten müssen, komplett von vorne. Aber sind die noch zu retten, einen Patch rauszubringen, dass die alten Spielstände nicht mehr zu verwenden sind? Ja, da, also ich habe auch schon im Total War Forum ordentlich gewütet, aber ich glaube, die Leute da dort sind einfach alle, also an alle, die jetzt zuschauen und selber im Total War Forum aktiv sind, aber sorry, die Mods dort, die sind alle vollkommen hirntot. Die loben das Spiel und hypen das in die höchsten Höhen und freuen sich über jeden Patch, wo kommt so, oh, jetzt kommt wieder ein Patch für Rome 2. Mensch, wie geil, die Entwickler kümmern sich um uns. Ja, hätten sie sich wirklich um uns gekümmert, hätten sie das Spiel getestet, bevor sie es auf den Markt geworfen haben. Das kann ich bloß unterschreiben, sehe ich auch so. Hey, und die freuen sich so, ja, jetzt kommt wieder ein kostenpflichtiges DLC. Mensch, wie freuen wir uns. Ja, so kann diese DLC-Politik nie im Keim erstickt werden, wenn sich die Leute über sowas freuen, weil ich persönlich finde es ja, so wie EA das beispielsweise macht, wir kündigen einen Vollpreistitel für 69,99 an. Aber übrigens, die nächsten fünf DLCs für jeweils 25 Euro stehen auch schon fest und könnt ihr aber umgehen, indem ihr das Spiel für 120 Euro kauft, dann spart ihr euch wahnsinnige 15 Euro und dann bekommt ihr die Premium Edition. Was auch bedeutet, ihr seid nun Mensch erster Klasse und werdet, wenn ihr auf irgendeinen Server wollt, beispielsweise bei Battlefield, werdet ihr vorgezogen vor den normalen Nutzern. Es ist schon heftig, also teilweise übertreiben sie es wirklich massiv. Genau deswegen spiele ich ganz gerne die alten Spiele, weil da legst du die CD ein. Gut, jetzt bei Dark Project hatte ich auch ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. Da musste ich mir ein paar Mods installieren, damit ich es auch auf 1080 Full HD spielen kann. Und der Patch oder der Mod, den es da eben gab, der hat das Spiel auch nochmal deutlich von der Grafik her aufgehübscht. Und ich möchte halt einfach nicht, dass meine Zuschauer das Video anschauen und links und rechts einen schwarzen Rand haben. Das ist einfach was, was ich finde, was gar nicht geht. Ja, finde ich auch nicht schön. Selbst wenn du einen Rahmen rumlegst, das stört in der Regel nur. So einen flimmernden Rahmen, wo so pinke Einhörner rumhüpfen, das wäre genau perfekt für das Spiel. Na gut, bei manchen Spielen passt das. Bei manchen Spielen passt das wirklich. Nee, aber diese DLC-Politik ist einfach was, was ich überhaupt nicht unterschreiben und unterstützen kann. Bei den alten Spielen habe ich das einfach so gerne. Du legst das Spiel ein, du spielst einfach und da gibt es auch noch diese Option, man mag es kaum glauben, die jüngere Generation kennt das ja gar nicht mehr. Man kann was freispielen, wenn man das Spiel durchspielt. Man kann zum Beispiel bei Medieval, um wieder zum Total War zurückzukommen, kannst du, wenn du eine feindliche, also du kannst am Anfang nur mit fünf Fraktionen spielen und wenn du aber eine der Fraktionen besiegst oder vernichtest, also selber auslöscht, dann schaltest du die frei und kannst mit denen dann eine neue Kampagne anfangen. Das ist ein ziemlich cooles Prinzip, gibt es heute aber nicht mehr, weil man es einfach sagt, nein, diese Fraktionen, die man eigentlich freischalten kann, die picken wir gleich von, die sind spielbar, die implementieren wir spielbar ins Spiel, aber wir nehmen diesen Quelltext raus aus dem Spiel und verkaufen es euch scheibchenweise als DLC. Wenn ihr diese Fraktion spielen wollt, dann müsst ihr nochmal in euren Geldbeutel greifen. Deswegen die alten Spiele bevorzuge ich und versuche auch die, die den Leuten näher zu bringen. Also leider klappt es nicht so wirklich, weil einfach viele sagen, ja, die Spiele sagen mir nichts oder es ist halt einfach zu alt, aber wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich an meinem damaligen Rechner in Dark Project versenkt habe, der Wahnsinn. Und das Spiel zaubert mir immer noch eine Gänsehaut auf den Rücken, wenn ich spiele, obwohl ich es eigentlich schon kennen müsste, aber selbst wenn man einmal komplett durchspielt und es danach nochmal spielt, also nochmal in den Playroom macht, dann, ich weiß nicht, man weiß nicht so genau, okay, was kam jetzt gleich nochmal als nächstes? Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr, weil einfach das Spiel so abwechslungsreich ist, auch das Level-Design. Ich habe auch öfter während den Aufnahmen gesagt, Mensch, dieses Level-Design, Leute, gebt diesen Menschen einen Oscar oder was auch immer für eine Auszeichnung man da bekommen kann dafür, weil heute denkt man sich, okay, sieht ja eigentlich ganz hübsch aus, aber ja, ist so, ja, einheitsbrei und damals wirklich so total ausgefallene Level. Darf ich da mal ganz kurz abschweifen? Ja, natürlich, nur zu. Okay. Es ist deine Bühne, Max. Es ist meine Bühne. Es ist deine Bühne. Zum Beispiel beim ersten Dark Project gibt es so eine Mission, da muss man eben in so ein Haus von so einem Adeligen einbrechen und ein Schwert stehlen. Also so ein magisches Schwert sein. Man sieht also das Haus, man startet im Vorhof und man muss reinkommen. Es gibt wieder mehrere Wege. Du kannst entweder direkt durch den Haupteingang marschieren, der halt schwer bewacht ist, wirst du wahrscheinlich nicht überleben. Also man stirbt sehr schnell in diesem Spiel. Man sollte sich nicht auf Kämpfe mit Wachleuten einlassen, weil die sehr, sehr stark sind. Später kommen auch noch Kreaturen und alles Mögliche hinzu, aber ich schweife schon wieder vom Abgeschweiften ab. Also sehe ich, okay, da vorne ist ein Balkon, eine Tür, die unbewacht ist. Daneben ist ein Holzbalken. Ich zücke einen Seilpfeil, schieße diesen Seilpfeil in den Holzbalken, klettere daran hoch und gehe in das Haus rein. Bis jetzt sieht das Haus noch komplett normal auf. Ich mache die Tür auf, auf einmal ist die Decke der Boden und umgekehrt. Die Lampen hängen nicht, also hängen schon von der Decke, aber stehen halt quasi dann nach oben. Und dann gibt es wieder so Räume, die komplett aus Pflanzen bestehen, also wo der Raum irgendwie komplett aus Pflanzen besteht, dann kommen auf einmal irgendwo so Geräusche her von zirpenden Grillen so mitten im Haus und dann sind die Räume auf einmal getwistet, also der Raum so komplett wie so eine Spirale gedreht, so ein Gang, wo du halt erst, dann hast du den Fußboden an der Wand, dann hast du ihn am Boden, dann hast du ihn an der anderen Wand, dann wieder an der Decke. Das erinnert mich ein bisschen an Escher. Okay, kenne ich jetzt nicht, aber dieses Level ist halt total crazy. Dann gehst du aus einem Gang raus und auf einmal stehst du mitten im Universum drinnen, also bist halt in so einem Gang drin. Wenn du zurückschaust, siehst du nur ganz klein als kleinen Punkt den Eingang, wo du gerade rausgekommen bist und ansonsten ist nur Sternenhimmel um dich rum und also du kannst dich in diesem Haus halt wirklich richtig verlaufen und ich habe, glaube ich, zwei Parts gebraucht, also ich mache meine Parts und mal so schaue, dass ich es so um die 20 Minuten mache und ich habe zwei gebraucht, bis ich dieses Schwert halt eben hatte und mich verpieseln konnte, weil man muss natürlich nach getaner Arbeit muss man in den meisten Missionen dann auch wieder das Weite suchen als Meisterdieb und das ist gar nicht mal so leicht. Die Wachleute da relativ aggressiv unterwegs, ziemlich viele auch unterwegs und also das Level-Design einfach super. Dann ist man auch in so einer Küche, wo Pflanzen aus dem Waschbecken halt eben rauswachsen, dann kriegst du irgendwie, dann hüpfen so explodierende Kröten durch die Gegend. Knallfrösche habe ich sie ganz lieb genannt in der Aufnahme. Ja, also total, total crazy, auch was später an Kreaturen dazukommt. Am Anfang sind es Zombies in der zweiten Mission, dann später kommen noch so kleine Saurier hinzu, die irgendwelches Gas versprühen, dann gibt es noch Rattenmonster, also so Rattenmenschenmonster, dann gibt es Kreaturen, ja, schaut euch einfach das Let's Play an, Leute, dann wisst ihr, dann wisst ihr, was ich meine. Also wirklich Level-Design und auch eben dann später dieses Gegner-Design, einfach Wahnsinn. Du triffst auch so viele verschiedene Gegner, wo du eben den meisten RPGs gar nicht mal triffst. Das bringt mich ja jetzt zu dieser Frage, glaubst du, dass die Entwickler früher mehr Fantasie und Liebe in ihre Spiele eingebaut haben? Ja, also denke ich schon, bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Ich glaube, die hatten auch damals einfach noch mehr Möglichkeiten, weil heute sind die meisten Entwickler an irgendwelche Publisher gebunden und die geben halt eben die Regeln vor. Das heißt, die können eigentlich gar nicht mehr, die geben den Rahmen vor und die müssen sich innerhalb von dem Rahmen bewegen. Siehe, Call of Duty, typischer Corridor-Shooter, total langweilig, finde ich. Und früher hieß es halt einfach, okay, wir sind kein großes Team, wir sind keine 500 Leute, die an diesem Projekt arbeiten, sondern wir sind jetzt meinetwegen nur 20 oder 25, also damals das Entwicklerstudio von Dark Project beispielsweise, das waren 25 Leute für Looking Glass und die haben sich einfach hingesetzt und haben aber auch über mehrere Jahre hinweg entwickelt. Die haben nicht einfach angefangen, okay, ich mache jetzt 1998, plane ich das Spiel, 1999 programmiere ich das Spiel und Ende 1999 muss es rauskommen, sondern die haben sich 1995 hingesetzt, haben das erste Mal zu planen angefangen, haben sie zwischendrin sogar eine Ruhephase gehabt und sind dann an die Umsetzung gegangen von dem Ganzen. Und das ist einfach was, was heute fehlt. Ich will nicht behaupten, dass die Entwickler heute kein Herzblut mehr in ihre Spiele stecken und keine Fantasie mehr. Ich glaube einfach, sie können es nicht mehr, weil die Spiele heute einfach so wie alles, wo die Leute sehen, okay, da lässt sich Geld draus schlagen oder eine Menge Geld draus schlagen. Jetzt wird das Ganze richtig kommerziell. Hier habt ihr euren Rahmen, bewegt euch innerhalb von dem und kloppt das Spiel so schnell wie möglich raus, damit wir Geld damit machen können. Oder am besten findet noch 50 Stellen im Spiel, die man rauszwicken kann und nochmal als DLC zusätzlich liefern kann. Mit den DLCs hast du das auch. Ja, mit den DLCs habe ich. Also die Politik, das letzte Mal, wo ich es unterstützt habe, war bei Mass Effect 2. Und ich habe es auch nur unterstützt, weil ich dieses komplette DLC-Bundle für, ich glaube, 8 Euro oder sowas irgendwie mal in die Finger bekommen habe. Sonst hätte ich mir die auch nie einzeln gekauft, weil das ist ja Wahnsinn. Wenn du dir Mass Effect anschaust, der zweite Teil, es gibt, glaube ich, wenn du diese ganz kleinen DLCs mitrechnest, es gibt zwölf Stück, wo mal nur eine Waffe oder eine Rüstung drin ist. Ja, das ist aber auch was, das muss man ja wirklich nicht mitmachen. Solange das nicht irgendwas mit der Story zu tun hat, finde ich das auch ziemlich unattraktiv. Ja, aber ich muss sagen, die Story-DLCs wiederum, die würde ich jetzt nicht mehr müssen wollen. Ja, genau. Die ich jetzt drin habe, die sind halt echt super. Aber wenn du die regulär kaufst, zahlst du mehr als wie für den Originalpreis vom Spiel. Ich habe das mal zusammengerechnet, was die DLCs normal kosten würden, hätte ich 87 Euro gezahlt. Immer, wenn du es zum Vollpreis kaufst, klar. Wobei es da ja relativ häufig auch Angebote gibt. Ja, Gott sei Dank. Aber bei, oder nimm doch das beste Beispiel von EA, nimm doch Sims. Das Spiel kommt raus, der Verkaufspreis senkt sich höchstens um 10 Euro von dem Spiel und die DLCs kosten genauso viel wie das Hauptspiel auch. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt beim Neuen ich spiele Sims gerne, den Dreier. Ich habe mir den damals in diesem Humble-Bundle da geholt beziehungsweise geschenkt bekommen. Ein Spezel von mir hat sich das geholt und hatte das Spiel aber schon und dann hat er es mir geschenkt mit, ich glaube, zwei oder drei Inhalten, die halt eben noch da mit dabei sind. Aber selber hätte ich, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir Sims zu kaufen und die ganzen DLCs, die es dazu gibt. Also nicht mal, wenn ich den vollen Spielspaß ausschöpfen würde. Dafür spiele ich Sims zu selten. Das ist mehr so ein Zwischendurchspiel. Ja. Das ist einfach, ja, sorry. Macht nix. Mir geht's bei der Geschichte immer so, wenn das was zu Story beiträgt, hab ich nicht das Problem, das zu zahlen, weil ich sie so teuer auch nicht finde. Bei mir hört's auf mit diesen Waffen und Rüstungen, das ist mir sowieso irgendwie gar nicht so wichtig. Ich versteh gar nicht, wer sowas kauft, ganz ehrlich. Kapier ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ehrlicherweise. Und wo ich auch schon so ein bisschen säuerlich werde, ist, wenn das so Ingame-DLCs sind, wo die dann nachher vor Veröffentlichung des Spiels die rausschneiden und dabei meistens Scheiße machen. Dass die Story nicht mehr stimmig ist, ja? Nee, die Story ist immer noch stimmig, das ist nicht das Problem, aber bei dem Rausschneiden passiert immer mal irgendwie was, sodass das Spiel doch den einen oder anderen Bug hat, den ich da drauf zurückführe. Okay, Gut, darauf habe ich es noch nie zurückgeführt. So weit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe einfach gesagt, das Spiel ist pauschal scheiße, wenn es Bug hat. Also ich kam deshalb drauf, weil ich Dragon Age erst durchgespielt habe, ohne den Ingame-DLC in Stein gefangen, also mit Shale. Lief ohne Probleme durch. Dann habe ich den installiert und dann wurde das Buggy. Okay. So komme ich drauf. Ich kann es natürlich nicht nachweisen, kann auch irgendein Patch, nee, warte mal, gepatcht war das schon in der aktuellsten Version. Also das ist das, wo es mich dann auch zu ärgern beginnt. Aber wenn die was Sauberes nachliefern, ein ordentliches Add-on oder noch irgendwelche Erweiterungen nachträglich, finde ich es völlig in Ordnung. Es wird nur völlig übertrieben. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, diese DLC-Politik, das ist einfach was, man kann es nicht wieder gut heißen oder man kann es verteufeln. Ich stelle mich auf die andere Seite des Sounds und verteufel es, obwohl ich es teilweise unterstütze, weil ich mir halt immer wieder meinen DLC kaufe, weil ich einfach mir sage, ich will Spaß an diesem Spiel haben, ich will jetzt diesen Inhalt unbedingt haben, dann hole ich es mir halt notgedrungen. Aber ich heiße es einfach nicht gut. Aber die Entwicklung wird so weitergehen. Irgendwann wird es so kommen, dass es einfach heißt, okay, hier habt ihr die eine Hälfte vom Spiel, wollt ihr die Story komplett zu Ende spielen, macht nochmal 8 Euro locker, damit ihr die andere Hälfte vom Spiel bekommt. Warten wir es mal ab. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Du hast mit einem Recht, das ging mir so vorhin durch den Kopf, also das Problem ist ja wirklich, wenn man jetzt die alten Spiele mit den neuen vergleicht, mittlerweile ist es halt einfach ein Milliardenmarkt, die Masse will bedient werden. Ja. Deswegen, das ist immer das Gleiche, wenn etwas so, sagen wir mal, so klein beginnt, sind andere, weiß gar nicht, andere Dinge bei der Entwicklung wichtig, als wenn es irgendwann mal ein Massenmarkt wird. Das geht dann meistens tatsächlich zu Lasten der Kreativität. Ja, ist ja genauso wie mit YouTube auch. Man kann es eigentlich eins zu eins auf die YouTuber übernehmen, finde ich, weil die, die viele Abonnenten haben, müssen eine große Masse bedienen und kloppen dementsprechend viele Videos raus, die dann eventuell, es muss nicht bei jedem sein, aber bei ein paar kann man das schon beobachten, die dann einfach in der Qualität leiden. Da wollte ich dich eh mal fragen, habe ich hier so auf meiner großen Frageliste. Ui. Wie empfindest du denn die Entwicklung, die YouTube mittlerweile nimmt? Weil du bist da jetzt echt schon eine Weile dabei, alles in allem drei Jahre, vielleicht so richtig aktiv und in Eigenverantwortung erst, naja, sagen wir mal zweieinhalb. Dennoch, wie hast du die Entwicklung von YouTube erlebt und wie siehst du das, wo es hingeht und wo geht es deiner Meinung nach hin? Auf den Massenmarkt geht es auf jeden Fall hin, um die letzte Frage gleich mal vorweg zu nehmen. Also, wie sich YouTube entwickelt hat, muss ich sagen, also allein jetzt von der Benutzerfreundlichkeit her hat es sich für mich negativ entwickelt. Ich kann mich am Anfang noch erinnern, wo ich, wo ich halt eben den Kanal damals aufgezogen habe und alles, wo ich den ersten Kanalhintergrund selbst gestaltet habe. und das war kurz bevor YouTube angekündigt hat, ja, wir streichen jetzt den Kanalhintergrund und somit jegliche Personifikation von eurem Kanal mit eurer Person und machen nur so und geben euch nur so einen kleinen Banner oben. Das war kurz bevor ich es geschafft hatte, YouTube-Partner zu werden und endlich diesen, weil es gab ja einmal diese Seitenränder, die du halt eben machen kannst, die du gestalten konntest und dann gab es ja noch oben diesen Banner, den hast du aber erst freigeschalten, wenn du YouTube-Partner warst. Und dann habe ich es endlich geschafft, habe mich gefreut wie ein Schnitzel und dann war es weg. Jetzt kriegt jeder diesen Banner, aber dafür fallen die Seitenteile weg sozusagen. Bitte. Auch fand ich es damals vom Design her viel schöner, es war übersichtlicher. Es fällt mir jetzt echt schwer, meinen Kanal richtig zu Ort ein, weil damals konntest du einfach deine Seite unbegrenzt lang machen. Du konntest sagen, okay, ich will hier jetzt die neuesten Videos haben, ich will hier jetzt die ganzen Playlists haben, das kannst du jetzt auch noch, aber es ist halt limitiert. Ja, ist richtig. Das vermisse ich auch, ja. Ja, also man wird eigentlich an allen Ecken und Enden beschnitten und jedes, ich fürchte mich vor jedem Update, das mit Google Plus dazukommt, weil seit YouTube eigentlich von Google aufgekauft worden ist, kann man sagen, es geht steil bergab. Weil Google einfach auch nicht so wie YouTube, kann man auch jetzt wieder wie diese Entwickler sehen, YouTube damals, als sie noch eigenständig waren, die haben es eher so gemacht, ja, wir möchten eigentlich, dass unser Publikum sehr zufrieden ist, haben sich auch wirklich, der Support war damals auch super, ich weiß nicht, wie er mittlerweile ist, ich habe ihn schon lang nicht mehr gebraucht, aber die haben sich jetzt auch auf den Massenmarkt halt eben eingestellt. Also was du bei YouTube ganz stark merkst ist, dass es sehr auf diese Smartphone-Geschichte auch umgestellt wurde, weil viele halt jetzt auch ihre Videos, was ich überhaupt nicht verstehen kann, da würde ich meine Augen kaputt machen damit, ich kapiere es auch nicht, auf dem Smartphone anschauen, wo ich einfach dazu sage, ja, okay, aber warum kann man dann nicht so wie Facebook beispielsweise einfach eine App dafür machen, also dass es halt speziell ein programmiertes YouTube nur für die Smartphones gibt, so wie bei Facebook eben auch und dann halt eben eins, wo halt eben die PC-Nutzer haben oder Leute, die YouTube-Videos auf ihrem Fernseher anschauen, weil das geht ja mittlerweile auch schon. Ja, ich glaube sogar, dass das viel wichtiger ist für YouTube, zumindest vom Grundgedanken her, die Optimierung auf dem Fernseher, ich glaube, das setzt sich nicht so durch. Ja, also die in Anführungszeichen Optimierungen, die sie bis jetzt geleistet haben, haben eigentlich immer nur dazu geführt, dass ich jetzt, ja, mich immer schwerer tue, erstens mal meinem Publikum nahe zu sein, dass ich eben die Kommentare lesen kann, weil vorher war es ja so, du hattest einen Posteingang, du hast eine schöne Liste gehabt von oben nach unten, wer wo welchen Kommentar geschrieben hat und das Schönste, du hast auch, wenn jemand einen längeren Kommentar geschrieben hat, den ganzen Kommentar angezeigt bekommen. Das ist ja bei diesem, bei diesem Glockensymbol, das man ja jetzt da oben rechts hat, nicht so. Wenn man da einen längeren Kommentar aufklickt, dann kommt dann irgendwann einfach mal Punkt, Punkt, Punkt und dann musst du den Part aufrufen, wo er das gepostet hat, um den ganzen Kommentar zu lesen. Ja, oder du gehst eben über Community auf diese Seite, warte mal, wie heißt es denn? Community, da kannst du es auch lesen. Echt? Community? Siehst du, das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht wusste. Ja. Also, auch wo die, wo auf einmal der Posteingang war. Ich habe, das hast du mir ja auch damals gesagt, weil du gesagt hast, ja, du schickst mir noch eine PN, dann habe ich ja so gefragt, so, okay, ja, aber wo finde ich denn dich gleich nochmal? Ja. Ja, das ist jetzt unter Community verschachert, unter Posteingang. Wenn du unter Community Kommentare gehst, siehst du alles aufgelistet. Ich finde das eigentlich ganz sinnig gemacht. Und noch was, ich kriege nach wie vor die Information, dass ich, dass irgendein Video kommentiert worden ist, das ist eine Sache von den Einstellungen. Mhm. Dann kriege ich es halt auf meinen, auf meinen normalen Google Account. Läuft es dann, also ich kriege es nicht mehr in die, in den Posteingang, aber ich kann es so einstellen, dass ich das auf meinen normalen Mail Account, mit dem ich angemeldet bin, bekomme. Das heißt, ich sehe es da immer noch, ne? Ich sehe alles, wer mir geschrieben hat und kann es dann über Community Kommentare, kann ich das sehr, sehr elegant, sehr, sehr elegant verwalten. Musst du dich mal mit beschäftigen, weil, ähm, ich finde es gar nicht so schlecht gelöst. Was mich ärgert ist, wenn einer erstmal auf, erstmalig auf ein Video kommentiert, dass man das nicht mehr direkt beantworten kann. Konnte man früher mit Google Plus, jetzt nicht mehr. Aber guck es dir mal an, ist nicht ganz so dramatisch, wie, wie, wie man das ursprünglich dachte. Ich finde es eigentlich einigermaßen okay gemacht. Ja gut, aber ich habe es halt bis jetzt nicht gewusst. Gut, da müssen wir hinterher noch mal reden. Das muss man noch mal genau zeigen, wie das geht. Aber ich habe meinen Leuten halt jetzt noch mal alternativ die Möglichkeit dazu geboten, ähm, auf Facebook einfach zu posten, wenn was wäre. Ich habe einfach gesagt, gut, ich mache, The Most Wanted geht auf Facebook, online, habe dann, habe eine Seite eingerichtet und da können mein Kollege und ich uns schon relativ gut tun. Also eher, eigentlich, eigentlich eher, Also ich bin so für das ganze YouTube-technische, Upload-mäßige zuständig und kümmere mich komplett um das, was in YouTube passiert und wenn die Leute Kommentare auf Facebook posten oder Fragen oder Wünsche, was jederzeit gerne genutzt werden darf, möchte ich an der Stelle nochmal mit dazu betonen, dann kümmert sich da mein Kollege der Ralf drum. Hat sich die Community in der Zeit verändert? Uuh, du stellst Fragen. Also geht da nur um dein Gefühl, deine Wahrnehmung. Es soll ja, soll ja keine, keine allgemeingültige Aussage sein. Also, ist jetzt schwer zu sagen. Also, man merkt auf jeden Fall eine Veränderung, auch jetzt bei, gerade bei großen YouTubern, dass halt viele Zuschauer dabei sind, wo man einfach das Gefühl hat, dass den Regenschirm damals aufgespannt haben, wo das Hirn geregnet hat. Also ohne, dass ich das jetzt wirklich böse meine, aber doch eigentlich schon. Also eigentlich meine ich schon böse, weil die bleiben meinem Kanal Gott sei Dank fern, aber wenn man halt sich andere Videos anschaut, wo halt wirklich schön gemacht sind und wo halt dann entweder Leute einfach nur Erster oder Zweiter drunter schreiben, das ist ja noch das weniger Schlimme, das habe ich auch ab und zu mal, aber einfach, was mir übel auf den Senkel geht und was wirklich zugenommen hat und um die Frage auch zu beantworten, wie sich die Community verändert hat, es sind noch mit dem Wachstum der Community auf YouTube, es sind auch deutlich mehr Hater dazu gekommen und wenn ich immer so Hater-Kommentare lese, kriege ich ehrlicherweise immer die Kretze, weil die halt eben einfach schreiben oder gerade auch die, die jetzt auch auf Frauen losgehen, ich weiß gar nicht, ob du da jetzt schon ins Kreuzfeuer gekommen bist, aber ich lese das total oft so, ja, meinst du jetzt hier, nur weil du Titten-Bonus hast, bist du gut oder kriegst viele Klicks oder nur weil du meinst, hast du geile Stimme und Titten oder solche Sachen liest man da halt. Ja, also ich bin so am Rande, ich bin davor gefeit, also bislang ist da noch nicht, noch nicht allzu viel passiert, ich glaube sogar noch gar nichts, also, aber ich denke, auf meinem Kanal bleibt so jemand auch nicht lange. Nee, das schauen wir, also das lösen wir, da geht es mir wie dir. Ja, das lösen wir eigentlich insofern richtig, dass wir uns solche Leute einfach fernhalten, indem wir geistig weit über denen ihrem Niveau bleiben. Ja, genau, und auch gar nicht die Spiele spielen, es sind auch bestimmte Spiele, die da anziehend wirken. Ja, genau, jetzt zum Beispiel, ja, Shooter ziehen die meisten an. Horror, Shooter, solche Geschichten, ja. Genau, und Strategie und RPG, gerade eben, wenn man halt jetzt ein RPG einfach so spielt, wie wir das spielen, einfach, ja, entspannt, einfach alles erkunden und nicht einfach nur schnell mal Story durchprügeln. Genau, und vor allem auch an der Story bleibt, ne, und dann lädt das, lädt das die Leute einfach gar nicht so sehr ein. Ja, glücklicherweise. Also, ich bin auch froh, dass ich von diesen Hatern verschont bin, aber insofern hat die Community auf jeden Fall eine Wandlung gemacht. Dieser Spagat zwischen den Leuten, die wirklich, ja, noch Hirn besitzen und die, die halt einfach nur drauf losflamen, der ist weiter auseinandergegangen, finde ich. Also, es gibt weniger von den einen und irgendwie mehr von den anderen, mehr von den, es liegt jetzt nicht mal unbedingt daran, dass die Leute wirklich blöd sind oder einfach, oder einfach böse sind, was ich ihnen jetzt überhaupt nicht unterstellen will, sondern es liegt einfach daran, dass die meisten Zuschauer auf YouTube einfach viel zu jung sind und einfach das noch gar nicht, also einfach jung und unwissend, jung und dumm und braun ist Geld so quasi. Nee, aber nee, wenn ich, wenn ich schaue, wenn man dieser Statistik glauben kann, sind, lass es über 80 Prozent sein von meinen Zuschauern, sind zwischen 13 und 17. Bei mir sind die zwischen 35 und 55. Ich muss ja immer so lachen, wenn ich mir, wenn ich mir diese Übersichtsstatistik anschaue, auf der einen Seite finde ich es immer ganz schön, wenn bei Leistung so ein grüner Pfeil nach oben steht. Auf der anderen Seite finde ich immer die Geschlechterteilung witzig. Also momentan per heute habe ich 92 Prozent männliche Zuschauer und ich weiß nicht, wie das geht, 8,3 Prozent, also ich habe über 100 Prozent Zuschauer, 8,3 Prozent weibliche Zuschauer und wenn ich mir die weiblichen Zuschauer anschaue, dann sind die, also ein ganz kleiner Teil zwischen 18 und 24, das ist anscheinend eine und die restlichen, 35 bis 44, 45 bis 54, 55 bis 64. Gut, ich glaube, dass das jetzt nicht stimmt, aber das Lustigste von allen finde ich, ich habe immer eine Zuschauerin aus der Slowakei, die zwischen 55 und 64 ist, die ist immer da, jeden Monat. Musst du mal Grüße ausrichten. Ja, ich schicke mal Grüße. Also bei mir sieht es ähnlich aus, also abgesehen davon, dass, ich glaube, 90 Prozent sind bei mir zwischen 35 und 55, etwa 8 Prozent Frauen und hauptsächlich Männer. Was mir gerade so durch den Kopf ging, also unter der, unter der Prämisse, ähm, dass, sagen wir mal, die Massencommunity, die empfundene Massencommunity auf YouTube ein bisschen schwierig ist, weil eben zum, 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 zum Haten, Flamen und so weiter angetan, ist dann so ein, ein rapides Kanalwachstum wünschenswert? Meinst du jetzt für mich persönlich oder allgemein? Für dich persönlich, du kannst es aber auch allgemein, allgemein beantworten. Also ich persönlich möchte keinen Wachstumsschub bekommen. Also ich, ähm, ich habe dementsprechend auch noch, halte ich mich von solchen Angeboten auch fern, wo ich immer gerne mitmache, ist, äh, ist in so Talkrunden, wo die anderen Kanäle ungefähr gleich groß sind, wie man selber. Genau, unter anderem Klartext, muss man mal, ja, Tom Thompson und da, der gute, Dutchman. Genau, da haben wir uns ja auch zuletzt gehört, da warst du ja dabei bei unserem letzten Talk. Und, ähm, nee, warte, der Satz war zu Ende. Punkt. Punkt. Äh, denken, denken, ratterratterratter, hörst du schon die Zahnräder, wie sie knirschen durch den Kopfhörer? Nee, ähm, also ich möchte es für mich nicht, weil ich einfach immer beobachte, gerade jetzt, wenn ich mir so Aktionen anschaue, wie jetzt vom Commander Krieger, nehme ich das einfach mal, dieses Padawan-Projekt. Ja. Genau, wo Leute aus der Versenkung, äh, gezogen werden und auch wieder in Selbiger verschwinden. Ich meine, ich finde das, ich finde dieses Prinzip super und ich finde es klasse, dass sich mal einer von den oberen, äh, 500 Leuten, äh, runterlässt und sagt, okay, ich will jetzt mal die kleinen pushen, aber ehrlicherweise finde ich, oder für mich persönlich, würde ich das gar nicht wollen, dass ich so gepusht werde, weil, es ist kein ehrliches Wachstum, es ist nicht selbstverdient, das ist größtenteils, äh, ziehst du ja die Zuschauer vom anderen ab, oder, was heißt, ziehst du ab oder teilst du dir mit dem, weil die kommen halt zu dir, du kriegst an einem Tag dann, meinetwegen, 5000 Abonnenten plus, ja, ähm, aber erstens mal kommt auf einen Schlag deutlich mehr Verantwortung auf einen zu, wenn man mehr Abonnenten hat, es kommen logischerweise, ob die Leute jetzt aktiv schauen oder nicht, es kommen auf jeden Fall mehr Kommentare, es kann auch passieren, dass mehrere von diesen Flamer-Kommentaren eben kommen, mit Sicherheit, die sich halt eben einfach nur ablassen, so quasi, warum, äh, warum du jetzt der Padawan geworden bist, das soll der Scheiß, du bist eigentlich voll das Arschloch, solche Sachen kommen da sicher auch damit, und man, man setzt sich, glaube ich, auch dann selber wirklich unter Druck, man sagt, oh, jetzt habe ich auf einmal 5000 Abonnenten mehr, jetzt muss ich auch schauen, dass ich die alle halte und stürzt sich da so dann Hals über Kopf in Produktion, die dann am Ende gar nichts bringt, weil die Leute eh nicht aktiv schauen oder irgendwann wieder abspringen, weil die meisten eh schon 20 Leute in der Abobox haben oder sogar mehr, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber ich schaue, dass ich meine Abobox immer so auf 5 Leute begrenze und da schaue ich auch nicht immer aktiv, weil ich halt auch selber schauen muss, dass ich meine Videos rausbringe, aber so ab und zu schaue ich schon mal immer gerne vorbei, ähm, und also so ein schnelles Wachstum will ich nicht, mir ist es lieber langsam und stetig zu wachsen und langsam tue ich einfach wachsen, es ist einfach dem Genre und meiner Ausrichtung, meiner Ziele auf YouTube geschuldet, dass ich mir einfach zum Ziel gesetzt habe, ich will jetzt nicht 10.000 Abonnenten haben innerhalb von drei Monaten, sondern dass ich einfach gesagt habe, ich will mich einfach verwirklichen, ich will quasi entertainen, ja, und, ähm, einfach schauen, was draus wird. Mein Ziel war damals, als ich angefangen habe, 100 Abonnenten, das habe ich geschafft, damit ist mein Ziel erreicht auf YouTube und jetzt mache ich halt einfach weiter, weil es mir Spaß macht. Ich mache es wegen einem Spaß und ich will nicht, dass es wegen was anderem ist. Ich will nicht, dass es wegen, ähm, der Community ist, weil die das fordern. Ich gehe darauf ein, auf die Forderungen oder ich diskutiere auch mit den Leuten gerne mal, wenn sie schreiben, let's play doch Spiel XY, aber ich will es immer noch aus eigenem Antrieb heraus machen und mich nicht dazu zwingen müssen und ich glaube, das ist, wenn du einen einmaligen Wachstumsschub erhältst, gar nicht mehr möglich. Einfach, weil du dich selber so unter Druck setzt. Nicht, weil es unbedingt andere machen, das spielt vielleicht auch mit rein, aber, und das ist auch was, was ich aus dem Berufsleben mitgenommen habe, der größte Druck, der auf einem lastet, ist immer den, was man sich selber setzt. Das ist wohl wahr, ja. Wahr gesprochen. Und nicht nur das, du verlierst dann eigentlich auch an Authentizität. Genau, genau. Das war das Wort, das wollte ich jetzt nicht aussprechen, weil ich jetzt 100%ig falsch ausgesprochen habe. Ich musste ja auch immer geschwind, mich konzentrieren, aber dann kriege ich es raus. Super Wort. Nee, aber du bringst es auf den Punkt letzten Endes. Das ist der Nachteil, den so ein großer Wachstumsschub mit sich bringt, aus meiner Sicht. Jetzt allgemein, und für mich persönlich will ich es eben gar nicht, mir ist lieber langsam stetig wachsen. Dann kann ich mich besser um alles kümmern, dann kann ich auch besser auf einzelne Fragen eingehen und habe halt einfach auch noch Spaß bei der Sache, weil ich auch noch was anders machen kann, als mich nur auf den Kanal zu konzentrieren. Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch so, also mir persönlich geht es so, meine Zuschauer sind das Wichtigste an meinem Kanal. Genau, ohne die gibt es dich ja nicht, quasi. weil die machen mich ja erst. Ja. Ich allein, ne, macht ja irgendwo keinen Sinn. Und da möchte ich schon auch die Zeit haben, dann eben adäquat auch zu antworten, wenn Kommentare kommen. Da geht es mir wie dir. Achso, ich dachte jetzt, du machst deine Videos nur für dich selber und schaust dir dann hinterher an, um dich dran zu erfreuen. Klar, meine Videos sind so genial, die könnte ich den ganzen Tag. Ja, das geht mir ganz genauso. Also ganz ehrlich, Community ist mir doch vollkommen das Wremswort. Wird doch egal, wer das Video schaut, hauptsache ich kann es mir anschauen hinterher. Aber mir ist das aufgefallen, als ich deinen Kanal dann mal, also so wirklich bis in die Tiefen angeguckt habe, was angesichts über zwei... Wie tief gehst du denn da eigentlich? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, meine Gegenfrage. Wie tief, wie tief gehe ich da? Das ist natürlich angesichts von 2000 Videos sehr schwer zu beantworten. Ja, so das eine oder andere hat sich da über die Jahre angesammelt, das gebe ich zu. Also, wie tief gehe ich da? Ich gucke da schon so einiges an und was ich immer sehr gerne anschaue, und das ist etwas, was bei dir so nicht wirklich möglich war, ist neben einigen Let's Play Folgen, Älteren und Neueren, also ich gucke immer, dass ich ganz was von Anfang nehme, was von der Mitte nehme, was von den neueren Sachen nehme. Was ich dann aber immer noch sehr, sehr gerne und auch sehr intensiv anschaue, das sind diese ganzen Infovideos, die die Leute machen. Also diese ganzen anderen Formate, wo sie wesentlich mehr, sagen wir mal, über sich selbst auch verraten. Auf das lege ich in der Vorbereitungszeit im Grunde genommen mein Hauptaugenmerk. Und das war bei dir jetzt ein wenig schwierig, weil du nämlich unter diesen wirklich über 2000 Videos relativ wenig von Infovideos, Tech-Videos, was weiß ich, was es da so alles gibt, Home, Homeview und all sowas, das hast du auf deinem Kanal überhaupt gar nicht. Ganz selten, ganz wenig, wenn es es häufig auch tatsächlich, finde ich, auch irgendwie thematisch auf, was soll man denn als nächstes spielen, stimmt ab. Da hast du relativ wenig drauf und da habe ich mich dann auch wirklich gefragt für einen Kanal, der schon so lange existiert und der auch, sagen wir mal, schon so viel hochgeladen hat, ob das einen gewissen Hintergrund hat. Da wollte ich dich mal nachfragen und ich habe mir gerade überlegt, ob das auch damit zu tun hat, dass du eben dein Ding durchziehst und dich als Let's Player siehst und nicht so, sagen wir mal, deine Persönlichkeit so sehr offenlegen möchtest. Kann das sein? Du hättest auch Psychiaterin werden können, kannst sehr gut Menschen analysieren nur anhand von Videos. Das finde ich echt klasse. Danke. Krass. Danke. Ja, es ist schon ein bisschen so. Also, ich meine, meine Persönlichkeit kriegt man mit in den Videos einfach, wie ich live und lebe, weil ich verstelle mich in meinen Videos nicht. Also, so bin ich auch im realen Leben. Gut, ich schreibe vielleicht nicht so viel rum, aber... Das ist gut zu wissen. Wobei, so schlimm ist es nicht, also muss man jetzt schon mal sagen. Ja, also in der Arbeit sagen meine Kollegen auch relativ oft, ich soll mal ein bisschen leiser sprechen, weil ich halt doch ein ziemlich lautes Organ habe. Es liegt nicht an meiner Körpergröße. Ich bin nicht, ich bin kein Napoleon. Ich bin auch kein Zweitgeborener oder sonst irgendwas. Also, daran kann es nicht liegen. Keine Ahnung. Ich habe halt einfach gerne eine kräftige, deutliche Aussprache. Das hat auch was mit Leidenschaft zu tun, finde ich. Genau. Leidenschaft, die Leidenschaft. Genau. Ja, manchmal. Manchmal doch, so ein bisschen. Nee, also so Infovideos wirklich immer nur dann, wenn halt wirklich, wenn ich selber nicht mehr weiter wusste, wenn ich einfach gesagt habe, okay, oder wenn ich selber einfach gesagt habe, ich stehe jetzt vor mehreren Entscheidungen, und will mir die Entscheidung jetzt einfach mal abnehmen lassen. Und dann habe ich ein Infovideo rausgegeben. Ansonsten lasse ich mir ungern in die Karten schauen und sage immer ganz gern, wie du es schon richtig gesagt hast, ich ziehe gerne mein Ding durch. Wenn ich was klar vor Augen habe, dann verfolge ich das auch, wenn ich jetzt sehe so, oh ja, auf das Spiel hätte ich jetzt eigentlich Lust, das will ich jetzt dann als nächstes als Plan, wenn ich fertig bin. Weil ich weiß ganz genau schon, wenn ich mit jetzt der Mass Effect Trilogie durch bin, wird definitiv, wird Skyrim fortgesetzt. Da wird es auch keine Abstimmung dann geben, weil ich einfach weiß, das will ich jetzt schon machen. Und wenn es halt ab und zu gibt es halt mal so Fälle, da sage ich, okay, jetzt stehe ich vor mehreren Möglichkeiten, was soll ich jetzt tun? Oder was möchte die Community? Da fällt sie mir dann wieder ein. Also gerne ich meine Videos selber anschaue, fällt mir dann auch mittendrin wieder auf, dass andere das auch anschauen. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich frage die mal nach ihrer Meinung. Nee, also Spaß beiseite. Ich schaue meine Videos nicht selber an, falls der Eindruck jetzt entstanden sein sollte. Also ich schaue sie mir schon selber an, nachdem ich sie aufgenommen habe, um abzuchecken, ob die Soundabmischung stimmt und um einen Titel für jeden Part zu finden. Aber sonst eigentlich vollständig schaue ich mir das nicht an. Natürlich immer nur so Hotspots quasi durchklicken. Okay, also um das mal ganz deutlich nach draußen zu transportieren, Max ist nicht komplett selbstverliebt. Nicht komplett. Sehr diplomatisch gelöst. Sei ehrlich, als Let's Player so ein bisschen selbstverliebt muss man schon sein. Ja, muss man auch. Also man muss sich selber gerne hören. Genau. Muss man schon machen, weil zwangsläufig, weil du halt eben checken musst hinterher, okay, wie hört sich das Ganze an? Und wenn du dann selber so da sitzt und dir denkst so, oh Gott, hört sich das scheiße an, dann wirst du es nicht weit bringen als Let's Player, wenn du anfängst Videos auszusortieren, nur weil du findest, dass du dich scheiße anhörst. Du haust es einfach mal raus, weil du sagst, okay, ist jetzt zwar meine eigene Stimme, ist echt strange, das zu hören, aber auch da lustigerweise, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Und jetzt muss ich das da mal wegklicken, weil ich habe jetzt gerade die Playlists aufgemacht, weil ich schauen wollte, ob die immer noch so schön geordnet sind, wie ich das damals angelegt habe. Also ich finde, sie sehen sehr ordentlich aus. Da habe ich eh noch eine Frage auch an dich. Ja, stelle sie. Ich weiß jetzt eh nicht mehr, was ich sagen muss. Ich habe den Faden gerade verloren. Ist ja jetzt auch egal. Es ging um Selbstverliebtheit bei Videos. Ganz genau. Ja, ein bisschen muss man selbstverliebt sein. Also so ganz, also wirklich so ein ganz kleines bisschen, so ein Fitzelchen, ein Millimeter vielleicht, weil sonst wird es einfach schwer. Man muss es sich selber danach anhören. Und das kann man nicht nur durch Professionalität machen. Einfach sagen, okay, ich höre mir das jetzt an. Ja, klingt alles professionell, klingt alles gut, schiebe ich raus. Sondern man muss einfach sagen, okay, jetzt höre ich mich an der Stelle wirklich leidenschaftlich an. Oder manchmal habe ich auch schon mal Aufnahmen gemacht. Da war ich, da war der Abend schon relativ weit fortgeschritten. Und dann habe ich dann auch so hinterher nach der Aufnahme gesagt so, also eigentlich hast du dich da angehört, als wie wenn du Watte unter der Zunge gehabt hast. Aber dann kloppe ich das Video raus und die Leute sagen, boah, geiler Part, mach weiter so. Das war jetzt echt cool. Und ich denke mir so, okay, ich soll öfter Videos machen, wo ich mich wie eine Schlaftablette anhöre. Ist das wirklich das, was ihr wollt? Also was man selbst empfindet und was die anderen eben empfinden, das sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist einfach auch witzig zu beobachten. Deswegen, man muss selbstverliebt sein auf der einen Seite, man muss aber auch wirklich auf die Community eingehen auf der anderen Seite, weil die beleben deinen Kanal. Ja, die beleben dich und spornen dich an zum Weitermachen. Genau. Und wichtig dabei ist halt ganz einfach, dass man, ja, ich bring wieder dieses Wort dabei, authentisch ist. Das ist nämlich was, was ich bei vielen Kanälen, die ich auch schon längere Zeit kenne und auch begleitet habe, das passiert relativ häufig, dass ich dann irgendwann so den Eindruck habe, jetzt sind die Leute nicht mehr authentisch, weil sie sich noch mehr Zuschauer wünschen. Also manchmal habe ich wirklich den Eindruck, einige verkaufen sich. Ja, genau. Oder ich habe viel mehr den Eindruck, um auf solche Leute einzugehen, dass die, die machen Videos, um Videos zu machen. Und das merkt man in der Aufnahme extrem. Ich meine, wenn ich meine Schlaftablettenpassagen habe, das ist okay, ja, aber ansonsten schaue ich immer, dass ich wirklich mit Leib und Seele bei dem Spiel dabei bin und mich da auch richtig reinteufel. Und wenn ich, wenn ich keinen Bock habe, Videos aufzunehmen, dann nehme ich keine Videos auf. Und wenn dann halt mal ein, zwei Tage, ich habe ja so einen groben Uploadplan, wann was kommt, habe den aber nie schriftlich festgehalten. Ich habe das mal gemacht, eine Zeit lang mit einem Uploadplan und habe festgestellt, es setzt mich noch mehr unter Druck und habe das sofort wieder abgeschafft nach ein paar Wochen. Und jetzt habe ich so eine grobe Vorgabe. Die Leute sind es auch schon gewohnt. Da kommen dann auch öfter mal so Fragen, so warum kam jetzt heute nicht Part XY? Und dann schreibe ich halt einfach drunter, habe ich halt nicht aufgenommen. Hatte keine Lust oder hatte keine Zeit oder sonst irgendwas. Wenn ich keinen Bock habe, Videos aufzunehmen, nehme ich keine Videos auf. Und trotz, ja, entschuldige. Ach nee, du darfst gern weiterreden. Weil mir kam gerade so die spontane, schlechte, schlechte Interviewereigenschaft, die spontane, der spontane Einschub. Ich meine, das ist erstaunlich, weil du lädst ja eigentlich zwischen zwei und drei Videos am Tag hoch. Das ist schon echt heftig, ne? Ja, ich weiß selber oft, wenn ich gefragt werde, weiß ich selber oft gar nicht, wie ich das immer so in meinen Alltag integriere, weil es hat alles Platz. Es hat Arbeit Platz, es hat Privatleben Platz, es hat meinen Hund Platz, es hat, also nichts wird vernachlässigt. Deswegen wundere ich mich, ob der Tag nicht schon doch mehr ist als 24 Stunden hat oder ich keinen Schlaf mehr brauche, aber ich schlafe auch genug. Ich schlafe auch mindestens acht Stunden. Also ich weiß es selber oft nicht. Ich habe halt einfach mal immer zwischendrin, habe ich so einen Flow, da habe ich richtig Bock aufzunehmen. Und da nehme ich dann auch wirklich mal 10, 15 Videos am Stück auf, einfach weil ich gerade Lust habe und die Zeit habe und nichts anderes dabei vernachlässigt wird. Und was ich noch erstaunlich finde, ist, dass du es auch immer schaffst, obwohl du diesen hohen Anspruch hast, ne? Dass du es immer schaffst, deine Projekte zu Ende zu bringen. Das ist ja auch was, was du bei Über uns schreibst. Ja, genau. Jedes Projekt wird zu Ende produziert. Also das ist schon echt eine Kunst, die du da erlernt hast. Da muss man uns nachher mal drüber unterhalten, wie du das machst. Weil mir geht es oft so, dass mir dann irgendwie unterwegs ein Projekt öde wird oder es ist nicht das wird, was ich mir erhofft habe. Ich merke, ich habe keinen Spaß und weil ich eine ähnliche Haltung habe wie du, bin ich da auch rigoros und breche es ab. Und da gibt es doch schon so einiges, was ich abgebrochen habe. Also das finde ich echt irre, wie du dich so motivieren kannst. Das Geheimnis ist eigentlich ganz einfach. Das können wir auch unseren Zuschauern näher bringen. Dann erzähl. Genau, und zwar bei mir ist es so, wenn mich ein Spiel anödet, spiele ich es nicht mehr. Und genauso ist es bei einem Let's Play Projekt auch. Wenn ich keine Lust mehr drauf habe, dann spiele ich es eine Zeit lang nicht mehr. Dann gebe ich eine dementsprechende Info raus, sage ich, hey Leute, Projekt jetzt pausiert, weil gerade keine Lust, aber irgendwann packt es mich dann wieder. Irgendwann sage ich, hey, jetzt habe ich wieder Lust auf dieses Spiel, jetzt möchte ich es weitermachen und dann geht auch das Projekt wieder weiter. Okay. Also ich möchte halt einfach nicht, das wären wir wieder bei unserem Lieblingswort Authentizität. Ja. Das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube, ja. Ja, perfekt. Ich möchte halt nicht, dass halt mittendrin so der Eindruck entsteht, er spielt es nur noch, um es halt durchzuprügeln, um es halt eben fertig zu bekommen. Ja, das merken die Zuschauer und das ist auch für einen selber eine Qual. Ich habe das schon gemacht, das ist eine Qual. Nee, das ist eine Qual. Macht keinen Sinn. Macht wirklich keinen Sinn. Genau, und deswegen, aber ich sage immer, bevor ich ein Projekt abbreche, ja, mache ich es, also pausiere ich es lieber eine Zeit, ist jetzt schon aber lange nicht mehr vorgekommen. Also wenn, dann habe ich mich immer durch die Projekte wirklich richtig schön, ja, durchgehangelt. Also das letzte Mal, als ich wirklich ein Projekt längerfristig pausiert habe, war bei Skyrim. Ja gut, nach 450 Folgen und diesem Endlosspiel ist das ja auch, boah, ne, kein Wunder. Ja, aber ich habe immer wieder mal nach 100 Folgen gesagt oder nach, nach, nicht mal, später wurde dann der Abstand immer kürzer, dann hieß es so alle 80 oder alle 50 Folgen so und jetzt ist mal wieder ein paar Wochen Ruhe mit Skyrim. Weil ich habe immer nur Skyrim dann aufgenommen, wenn ich dann auch wirklich, wirklich Lust drauf hatte. Ja. Und so muss man eben, weil ich habe mir Skyrim damals als Endloss-Projekt vorgenommen und so läuft es auch weiterhin und bei Endloss-Projekten muss man einfach beachten, dass einem das Spiel irgendwann anödet, weil wenn man immer das gleiche spielt, nervt es einen irgendwann, egal wie gut das Spiel gemacht ist. Richtig. Und Skyrim ist ein Top-Spiel. Ja. Man muss einfach dann kurz mal Pause machen. Und dann hoffen, dass die Lust wieder kommt, genau, weil... Genau, aber die kommt wieder, das weiß ich, also bei mir hundertprozentig. Wenn ich ein Spielnetze oder ein Spiel, dann mich auf irgendwas anders konzentriere und dann mittendrin so, denke ich so zurück, okay, da war ja noch Skyrim irgendwo auf meinem Kanal, staubt schon leicht an, jetzt hole meine Staubsauger raus und weiter geht's mit Skyrim. Und dann setze ich mich hin und nehme wieder, wenn am Wochenende, so wie heute zum Beispiel, wenn ich halt gerade Zeit habe und mich nicht unbedingt sonnen will, dann setze ich mich hin und sage, und jetzt heute fünf bis sechs Folgen Skyrim. Genau. Wobei auch, man muss auch dazu sagen, dass ich früher, auch YouTube geschuldet, war es ja so, dass man Videos nicht länger als 15 Minuten machen konnte. Ja. Ich glaube, ich habe auch deswegen damals so viele Videos immer gemacht, weil halt eben die Videos immer nur so zwischen zehn und 15 Minuten lang waren. Und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, zu sagen, ich mache ein Anfang und ein Ende bei jedem Part. Bei 15 Minuten lohnt sich das aber nicht, deswegen will ich eine andere Größe finden. 30 Minuten ist mir zu lang und könnte ich zu wenig Videos machen, 20 Minuten ist eigentlich genau das Richtige, würde super passen. Ja. Und dann habe ich das eben eingeführt mit Begrüßung und Verabschiedung. Und früher habe ich es ja so gemacht, ich habe einmal eine komplette Aufnahmesession einfach durch aufgenommen und dann geschnitten. Und habe es halt dann einfach mittendrin. Da ist es dann nochmal passiert, dass dann mitten im Satz auf einmal, dann war der Part zu Ende. Also ich finde es, ich mag es gerne, ich mache das ja auch, ist mir auch bei dir aufgefallen, also ich mag das gerne. Begrüßen, verabschieden. Genau. Und die Folgenlänge ist bei dir ähnlich wie bei mir. Das ist meistens so irgendwo zwischen 20 und ja auch mal 25, auch mal 30 Minuten gerne beim ersten Part. Der ist gerne mal so ein bisschen länger, das finde ich sehr, sehr angenehm. Und was ich noch sehr angenehm bei deinem Kanal finde, das ist auch das, wo ich vorhin sagte, oh, da habe ich noch eine Frage und die Frage habe ich noch nicht gestellt. Ach so, okay. Dann jetzt aber, bevor du sie vergisst. Dann kommen wir zurück. Was ich nämlich so unglaublich wohltuend fand oder finde, wenn ich auf deinen Kanal komme, ist folgendes. Du hast ja eine bestimmte Philosophie auch bei den Thumbnails. Und wenn ich das richtig so sehe, benutzt du für ein Spiel immer das Gleiche und änderst bloß die Folgennummer. Genau. Finde ich wunderbar. Finde ich wunderbar. Das ist wirklich so wohltuend. Okay. Das geht so runter, so wie, ähm, ja, wie warme Milch, sagen wir jetzt einfach mal. Weil das ist eine Übersichtlichkeit. Ich erkenne jedes Spiel auf einen Blick, auch wenn ich diese lange Videoleiste aufhabe. Ne, also dann, was weiß ich, 100, 200 Videos einfach mal, mal anzeigen lasst. Ich sehe es so, ich sehe es sofort, sofort an dem, an den Thumbnail, um welches Spiel es sich handelt. Und die sind nicht so wahnwitzig überladen. Ist dir das auch schon aufgefallen, dass, ähm, die Thumbnail-Philosophie mittlerweile ganz arg wichtig wird? Ja, das artet meines Erachtens sogar ein bisschen aus mit diesen, äh, mit diesen Daumenägeln. Also, was mir, was, was mir wirklich auffällt, jetzt gerade auch bei den großen YouTubern, die setzen sich hin und machen wirklich für jede Folge ihres Projekts machen, die ein eigenes, äh, ein eigenes Thumbnail. Oder lassen machen. Oder, oder lassen, ja klar, oder lassen es halt eben machen. Und, da verliert dieses Projekt ein bisschen an Authentizität, finde ich. Das ist unser Lieblingswort. Das werde ich nachher zählen, glaube ich. Wenn ich die, wenn ich das Interview nachbearbeite, werde ich zählen, wie oft wir es hatten. Da muss man auf jeden Fall, also, also dreimal habe ich es jetzt mindestens schon gesagt oder authentisch oder das. Ich auch, mindestens. Also, ich finde wirklich, da, da überblickt man dann, wenn man sich diese Playlist, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute das überhaupt noch machen, sich eine Playlist aufzurufen und dann das anzuschauen. Mittlerweile komme ich mir da sowieso total dämlich vor, wenn ich sage, dafür wieder eine extra Playlist an, um das Ganze übersichtlicher zu machen, aber die Leute schauen eh nur das, was gerade am neuesten rausgekommen ist. Habe ich so das Gefühl irgendwie. Und mache diese Playlist auf von einem großen YouTuber und schaue rein und sehe, okay, die Playlist heißt The Forest. Okay, Part 1 hat ein sehr dunkles Bild mit dem Typen drauf, mit einer Fackel in der Hand und die Partnummer steht rechts oben. Dann beim nächsten Part, ist es helllichter Tag, man sieht einen Baum und die Partnummer ist links unten. Und so zieht sich das halt durch. Die Partnummer ist immer in irgendeinem anderen Eck, es ist immer ein anderes Hintergrundbild und wenn ich mir das, also es stört mich jetzt nicht extrem, ich finde es auch cool, dass die das machen, aber ich persönlich finde, da entsteht keine Kontinuität bei dem Ganzen. Genau, ja. Und das, ja, also, das ist schon was, was mir auffällt, dass der Trend dahin geht, dass man für jede, für jede Folge das eigene Thumbnail macht, mache ich auch aus den Gründen nicht, weil ich, muss ich ehrlicherweise sagen, zu faul dafür bin. Es ist für mich persönlich einfacher, mich hinzusetzen, ich mache die Thumbnails auch total billig mit Fotofilter und mit Gimp, das sind zwei kostenlose Programme, mit Fotofilter schneide ich so zu, dass es 16 auf 9 ist und, oder 16 zu 9 und mit Gimp füge ich die Partnummer ein und ändere die halt, speichere mir das jeweilige Thumbnail irgendwo ab und dann, wenn ich das Video hochgeladen habe, brauche ich das einfach nur noch reinklicken. Ich arbeite sowieso anders als andere YouTuber oder da bin ich mir sicher, ich benutze zum Aufnehmen nur Fraps, und stimme den Spielsound und meine geile Stimme, stimme ich so. Wie war das mit selbstverliebt? Ja, muss man doch sein, ab 1000 Abonnenten habe ich gehört. Stimmt, ein bisschen. Ich schaue halt einfach, dass Stimme und Spielsound gleich von Anfang an passen, dass ich hinterher nicht nachjustieren muss, weil auf diese Nachjustiererei habe ich ehrlicherweise keine Lust, deswegen schaue ich, dass das gleich bei der Aufnahme alles passt. Ich rendere das Ganze mit dem Movie Maker durch und dann ist der Part bei mir schon fertig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich viele Videos liefern kann, einfach weil ich sie wirklich, so blöd sich das jetzt anhört, produziere wie am Fließband. Ich nehme auf, nehme diese Einzelteile von Fraps, ziehe sie rüber in den Movie Maker, rendere das Video durch, speichere mir das ab und lade das hoch. Das ist pro Video, ohne jetzt die Aufnahmezeit zu berechnen und ohne die Uploadzeit zu berechnen, ist das ein Aufwand von 20 Minuten pro Video. Also ich schaue halt einfach, ich arbeite nach dem Minimax-Prinzip, minimaler Aufwand beim maximalen Ergebnis. Kann ich deinen Worten entnehmen, dass diese ganze Qualitätsdiskussion, die man so auf YouTube hat, mit Full HD und gedöhnen sie hier und gedöhnen sie da, deiner Meinung nach nicht unbedingt so, ja, wie soll man sagen, so spannend ist für dich? Also dass es mir sonst irgendwo vorbeigeht, meinst du? Ja, das war jetzt der. Aber das meinte ich genau. Ich habe es schon mal probiert, eine Zeit lang die Videos auf Full HD zu machen. Also ich mache ja immer 720 HD, weil das geht am schnellsten zu rendern und ist auch schneller im Upload, weil die Dateien nicht so groß werden. Ich habe eine Zeit lang mal Full HD versucht. Es dauert länger, das Ganze zu rennen und es dauert auch länger, das Ganze hochzuladen. Ja, klar. Und das Endergebnis auf YouTube finde ich ehrlicherweise nicht berauschend. Ich finde es in der Aufnahme super. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du jetzt dann auf dem, wenn du mit dem Movie Maker gerendert hast, ist die Qualität immer noch prima. Also wer erzählt, die Qualität leidet unterm Rendern im Movie Maker. Absoluter Quatsch. Qualität ist genauso wie beim Aufnehmen. Wenn du es aber auf 720 Punkte runterrennerst und halt auf Full HD aufnimmst, merkst du schon doch deutliche Abstriche in der Schärfe. Und zwischen 720 und 1080p ist einfach ein wahnsinniger Unterschied beim Movie Maker. Wenn du das Ganze aber dann, wenn du das 1080p-Video dann aber auf YouTube hochlädst, keine Ahnung, was YouTube mit diesem Video macht, ob die da einfach mal die Schärfe rausnehmen. Die enkodieren das nochmal nach irgendeinem, was weiß du Teufel, und das macht manchmal unerwartete Ergebnisse, ja. Ja, und die Ergebnisse waren dann, dass die Videos exakt genauso ausgesehen haben wie die 720p-Videos. Und deswegen habe ich das Ganze wieder eingestellt. Also ich habe es mehrmals versucht. Einmal mal eine Zeit lang bei Skyrim, ich glaube, wo ich damals Dragonborn aufgenommen habe, das habe ich in Full HD gebracht. Und Rome 2 jetzt habe ich auch am Anfang in Full HD gebracht, weil ich einfach gesagt habe, huh, neues Projekt. Auch mal ein Spiel, Let's Play, was auch gerade erst rausgekommen ist. Normalerweise distanziere ich mich von solchen Sachen ja. Probiert und wieder der gleiche Schmarrn gewesen. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, 720p ist für mich einfach weniger Aufwand. Und ich finde auch wirklich, die Qualität ist jetzt deswegen nicht schlechter. Also man versteht mich gut. Das Video sieht trotzdem noch super aus. Man kann alles erkennen, was auf dem Bildschirm passiert auf 720p, ist vollkommen. Also deswegen geht mir auch dieses wirklich am vorbei, dieser Diskussion. Wir müssen die bestmögliche Qualität für unsere Zuschauer liefern. Wir müssen auf 1080p oder, jetzt gibt es ja mittlerweile schon dieses neue Format, dieses 1440. Genau. Und ich weiß gar nicht, wo das überhaupt noch hinführen soll. Welcher Bildschirm kann das überhaupt darstellen? Meiner nicht. Nee, dann muss man neu kaufen. Also die Neueren, die können das dann, aber die sind halt doch schon noch ein bisschen teurer. Ja, und deswegen erwarte ich lieber wieder ein paar Jahre, bis die günstiger werden. Und dann hole ich mir vielleicht sowas mal. Aber die breite Masse, sage ich mal, hat jetzt nicht so den super Rechner oder den super Monitor und schaut sich das halt, ich habe auch Zuschauer, die schreiben mir, hey, kannst du bitte mal auf 4 zu 3 aufnehmen? Und ich sage dann, nein, weil die meisten einfach einen 16 zu 9 Monitor haben. Es gibt auch Leute, die schauen auch auf ein 4 zu 3. Er hat halt dann oben und unten schwarze Ränder. Muss man halt in dem Fall in Kauf nehmen. Aber ich schließe mich dem Ganzen nicht an zu sagen, es muss einfach super mega pornomäßig aussehen, sondern ich bin eher so, es muss ein guter Mittelweg sein. Das ist mit allem im Leben so. Man muss immer einen guten Mittelweg finden. Und so ist es auch mit den Videos. Ich schaue einfach, dass der Aufwand für mich erträglich bleibt und das Ergebnis einfach zufriedenstellend ist für alle. Es hat sich auch noch niemand beschwert. Es hat auch jetzt keiner geschrieben. Mensch, mach unbedingt 1080p, weil mit 720p sieht das Ganze aus wie Eierbrei. Ich habe da wirklich selten wenige gehabt, welche gehabt, die das eben geschrieben haben. Sehr, sehr selten. Die haben alle durch die Bank, viele schreiben sowieso drunter, du, ist ja schön, dass du es auf 720p auf HD raushaust, aber mein Internet ist nicht schnell genug. Ich kann eh nur 480 oder 320 anschauen. Mir geht es sowieso nicht darum, was ich sehe, sondern darum, was ich höre. Höre ich auch ab. Aber das lese ich auch ab. Genau, ja. Besteht natürlich mein super selbstsüchtiges Ego wieder. Nein. Selbstliebe haben wir heute auch schon oft gesagt. Ja. Ja, Mensch, Max, so langsam kommen wir zum Ende. Du wirst es nicht glauben. Ja, es ist der Wahnsinn. Ich habe die Uhr mit Absicht nicht im Blick behalten, aber irgendwie steht sie doch in meinem Augenwinkel. Ja, so eine Stunde ist einfach unglaublich schnell rum. Ich bin auch jedes Mal echt basserstaunt, wie unglaublich schnell das geht. Das ist Wahnsinn. Vor allem, wenn man sich auf Themen konzentriert, wo man sich richtig schön reinsteigern kann, finde ich. Ich finde das DLC-Thema, das hat ziemlich viel Zeit gefressen. Ja, ist auch ein wichtiges Thema, weil es die Community und die ganzen Gamer ja auch wirklich bewegt ohne Ende. Und weil es teilweise wirklich nicht akzeptabel ist, was da läuft. Bis zum gewissen Punkt haben wir ja auch gesagt, okay, aber das ist Abzocke, was da teilweise geht. Ja, das stimmt. Und das ist, weil ja auch sehr viele Gamer noch junge Leute sind. Ich weiß gar nicht, wie die das finanziell machen. Eltern, hätte ich jetzt schon spontan gesagt. Also ich kann mir sicher vorstellen, dass es einige Fleißige gibt, die sagen, ich trage Zeitungen aus, um mir so mit meinem Hobby zu finanzieren. Oder halt, es gibt auch Leute, die kriegen wahnsinnig viel Taschengeld. Wenn ich so höre, was die Kinder heute Taschengeld bekommen, das ist, ja, ich war froh über 5 Mark. Und Kinder heute, ja, ich kriege 50 Euro im Monat Taschengeld und ich bin mit 5 Mark im Monat damals klargekommen. Also D-Mark, für alle die, denen das jetzt nichts sagt, das ist die Währung vom Euro gewesen in Deutschland. Aber bei den Interviews, die Leute zugucken, die kennen die D-Mark, glaube ich, alle. Ah, okay, nee. Bei meinem Zuschauerstamm zwischen 35 und 55, die kennen das alle noch. Oh, da bin ich ja dann wirklich unter der Altersgrenze. Du drückst das nach unten, was auch gut ist. Ich drücke das nach unten mit meinen 22. Genau. So, am Ende vom Interview habe ich ja gerne mal so eine Killerfrage. Die erlasse ich dir jetzt, weil ich finde, ich habe dich mit Selbstverliebtheit und Stärken beim Let's Playen für heute schon genug gequält. Okay, also meinetwegen kannst du sie gerne noch stellen. Nein, nein, es gibt keine Killerfrage. Ich wollte dir jetzt einfach noch die Gelegenheit geben, wenn du den Zuhörern oder vielleicht auch deinen Abonnenten, die das vielleicht angucken, noch irgendwas sagen möchtest, dann darfst du jetzt die Zeit nutzen und das tun. Ja, also liebe Abonnenten, die zugucken, danke für eure Treue. Bleibt weiterhin schön bei mir, auch wenn ich vielleicht zur Selbstverliebtheit neige. Für alle, die auf selbstverliebte Typen stehen und jetzt zuschauen und noch nicht meine Abonnenten sind oder noch nicht bei mir vorbeigeschaut haben, unbedingt vorbeischauen und nicht vergessen, immer beim Let's Playen den Spiegel hinter den Bildschirm stellen. Kommt super. Nee, also wer auf Strategiespiele steht, ich spiele sie gerne wirklich mit Leidenschaft und habe sehr viel Spaß dabei. Einfach mal vorbeischauen und wer möchte, darf gerne dableiben. Also das kann ich wirklich bloß unterstützen, ihr Lieben da draußen. Guckt mal vorbei. Tolle Spiele, toller Kommentarstil, viel Authentizität und Selbstverliebtheit. Nicht ganz so viel, gerade in der richtigen Menge oder in der richtigen Zusammensetzung. Also wenn euch Max jetzt irgendwie nah geworden ist, dann guckt mal in jedem Fall vorbei. Lieber Max, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Dasein. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, war ein schönes Gespräch. Mir auch und ich danke natürlich für die Einladung, dass das alles noch so super geklappt hat. Du hörst ja leider auf mit diesen Interviews. Ja, ich böse. Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Ich bin ja dann einer von deinen Letzten, oder? Ja, zwei kommen noch, dann ist Schluss. Okay, vielleicht machst du es ja irgendwann weiter. Ja, wer weiß, mal gucken, was mir so einfällt. Jetzt nochmal herzlichen Dank fürs Dasein, auch euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss Max, tschüss da draußen. Ciao. Ciao. Ciao.